Jetzt nicht mehr. Dann losgehen! Ich hab's gleich! Dann losgehen! 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 Es ist ein Befehl, trotz seiner Fehler, an ihn zu glauben. Den bringen Sie zu voll! Guck! Du bist so schnell! Eine Ruine. Eine Ruine. Eine Ruine. Ich bin noch nicht so weit. Zugehen Sie heraus? Ich bin jetzt vorbei! Ja, ja, ja! Das war's für heute. Ähm, Vater? Das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit dem Hebel dort befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wieder deine Gefühle, Junge. Du hörst nicht, was sie denken. Ich schon. Ignorier es und mach dich bereit. Geht klar. Gut, dann mal los. Gut, dann mal los. Gut, dann rein. Gut, dann rein. Gut, dann rein. Was sind die Bestie jetzt? Naja, nicht. Aber er war dankbar für einen Zug im Kampf, anstatt in Käfig zu verrotten. Dein Können verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Danke, Vater. Ah, frische Luft tut gut. Ja! Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Gern geschehen! Gern geschehen! Das war's für heute. Das war's für heute. Beachte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Das war's für heute. Hörst du etwas? Das war's für heute. Also, da ist sie. Sie muss eine Schwachstelle haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie war das? Was habe? Das war's für heute. 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 Ich bin später fertig. Zeit für noch eine Geschichte? Hm. Eine kurze. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Okay. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Oh, das war's. 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 Und? Das war's. Ich wollte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.